Ja, Freunde. Zu wenig Zeit, die Vollversion featuring John Bieber. Let's go! Zu wenig Zeit, die Geschichte mit dir war zu kurz. Bin ich bereit, heute noch mit dir nach Singapur. Zu wenig Zeit, drehe sie zurück an meiner Uhr. Sag mir, wie's geht. Gibt es einen Weg? Ach, stimmt. Zu wenig Zeit, die Geschichte mit dir war zu kurz. Bin ich bereit? Da war ja was. Das war eben so lustig im Chat, ne? Ich hab gedacht, ihr schreibt wirklich, du hast zu wenig Zeit auf alles zu reacten und dann meint ihr, der Song heißt. Und ich so, okay. Ah, okay. Zu wenig Zeit, die Geschichte mit dir war zu kurz. Bin ich bereit? Wollt auch noch mit dir nach Singapur. Zu wenig Zeit, drehe sie zurück an meiner Uhr. Sag mir, wie's geht. Gibt es einen Weg? Wir haben zusammen so viel durchgemacht. Geweint, gefetzt und tot gelacht. Und nicht alles hat immer geklappt. Jeden Abfall hast du mitgemacht. Ah, das ist, oh, Junge, 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 also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist wirklich jedes Mal das Gleiche. Nämlich kickt es dann komplett in die Reaction rein, also aus der Reaction quasi, in diesen Moment rein und wenn ich die Augen zu mache, dann spüre ich quasi, was so emotionsmäßig da abging und das ist für mich voll krass, weil, ich weiß nicht, hört ihr die Songs auch wirklich safe alleine, die Vollversion und geht es euch dann auch so, dass ihr dann diesen Moment aus dieser JCU-Episode, aus genau diesem Moment dann wieder fühlt oder so, so, oh, das ist krass, die haben das wirklich mega gut gemacht, weil, auch hier, ich sage jetzt nicht, boah, die Produktion wird immer ein bisschen, es ist safe, immer so, immer so, ne, aber in der Kürze liegt die Würze, ich sage es ja immer wieder, ich habe nichts gegen kurze Songs, nur da müssen sie gut sein, da müssen sie catchen, da müssen sie hooken, da muss die Angel ausgeworfen werden, da muss klein Anni reingehuckt werden und das ist das Coole daran, das liebe ich so sehr. Wollt auch noch mit dir nach Singapur, zu wenig Zeit, drehe dich zurück an meiner Uhr, sag mir, wie es geht, gibt es einen Weg, zu wenig Zeit, die Geschichte mit dir war zu kurz, bin ich bereit, wollt auch noch mit dir nach Singapur, zu wenig Zeit, drehe dich zurück an meiner Uhr, sag mir, wie es geht, gibt es einen Weg, krass. Kein Geheimnis ist geheim vor dir Oh, Moment Oh, ich dachte ja jetzt, okay, 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 new, 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 new Oh, Gott Kein Geheimnis ist geheim vor dir Wir stehen uns blind, weil wir sind beide weird Braucht dich, weil nur du meine Jokes kapierst Und überall als Erster kommentierst Oh, wie krass wäre das gewesen, Moment, das war aber nicht, das war nicht, das war nicht drin, das war hundertprozentig nicht drin, ich kann mich noch erinnern, sie guckt so auf die Ukulele, ich denke nur, die Ukulele und so und das, wie krass, ey, oh Oh Wow Und das Blatt wendet sich, ich glaube, ich weiß nicht, ob es dir einer nachvollziehen können, aber wenn du das letztendlich mit mir damals in der Rektion geguckt hast, oder halt, ne, jetzt du alleine in der Rektion oder mit anderen oder so, dann wirst du das wahrscheinlich verstehen, dass wenn die jetzt neu sehen, dazukommen, dann denkst du so, wow, krass Und selbst ich, der jetzt halt nicht so dieser, also der jetzt erst neu dazugekommen ist, ne, und er erst seit kurzem so alles erlebt hat, finde ich das jetzt krass und denke mir so, oh, wie heftig ist das, dass man jetzt so auch seine Perspektive davon sieht, beziehungsweise eben, dass es noch weitergeht und darauf so ein bisschen, das fand ich schon geil Krass, also ich muss ganz ehrlich sagen, auch hier, John, Liebe geht raus, ne, das ist wirklich safe, ähm, gut gemacht, auf jeden Fall, oh, gucken wir mal, Leute, 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 also ich muss ganz ehrlich sagen, das nimmt, ja, nimmt einen schon so ein bisschen mit, wenn man halt eben den Kontext kennt, beziehungsweise dann auch danach das Video geguckt hat, wow, also das hat mir schon richtig nice abgeholt und ich fand es einfach cool, noch mehr zu sehen, ne, noch mehr Content, Contest King, so, deswegen, wow